So, willkommen zur nächsten Folge. In der letzten Folge hatten wir versucht, dieses Hütchenspiel da zu machen und sind kläglich gescheitert, weil die mich definitiv hier irgendwie über den Tisch ziehen, weil es kann ja nicht sein, dass es egal ist, was ich anklick. Aber was hat es mit diesem Bild hier hinten eigentlich auf sich? Weil der dreht sich ja jedes Mal um, wenn ich das tue. So kann ich doch bestimmt irgendwie... Was, wenn ich dem Schokolade gebe? Kann ich da irgendwie aufs Bild klicken? Kann ich da aufs Bild klicken? Der dreht sich doch um! Nee, warte mal. Ähm... Ach, Mann, ooooh. Ähm... Das war docheschön Atlanta. Ihm... Äh, ähm... Irgendwie... Ja, jetzt wäre das der in der Mitte eigentlich. Ja, aber irgendwie kann ich doch... Ach so! Okay. Ey... Okay, ähm... Die Arme sind Atzen, guck! Hey! Arme sind kacke! Jetzt haben sie dir wieder die Musik weggenommen. Ach, Mann. Jetzt das Holzbein? Habe ich. Was bringt mir das? Ich habe keine Ahnung. Jetzt haben sie mir die Schokolade weggenommen. Mann! Jetzt wollen die wieder Musik haben. Was wollt ihr denn jetzt hier? Okay. Ach, Mann, das ist doch... Ach, na gucke mal eine Karte. Ja, aber wie ich jetzt... Das ist doch total doof und überhaupt... Kann ich die ablenken? Mit der Karte? Hallo? Was war das denn? Ach, die Schokolade wieder geklaut. Haha, eiskalt. Jetzt wollen die nicht mehr mit mir spielen. Ich fasse es ja nicht. Boah! Manno! Muss immer noch aussehen wie eine Ameise. Kann ich mit dem Holzbein vielleicht die Brille holen? Muss ich damit einschlagen? Ich weiß es nicht. Ich bin verzweifelt. Ich probiere es einfach. Nicht. Dann halt nicht. Kann ich damit den Ventilator vielleicht? Das tut dir weh. Du hast doch das... Probier es mal jetzt. Auch nicht. Jetzt vielleicht. Auch nicht. Wieso machst du es nicht einfach kaputt? Du sagst doch selber, dass es... Hallo? Ja, dann tipps doch an. Mann! Diese Kakerlake hier, ne? Die ist auch ein bisschen schwer von Begriff, glaube ich. Können wir dich vielleicht irgendwie antipsen? Ach, das ist ein Glühwürmchen. Okay. Was mache ich mit der Karte? Ach, die Karte war ja von dem... War die nicht von dem Typen hier? Jawoll! Ja, mach es gut. Lass die Tür offen. Ach, dann nicht. Ach, jetzt kriege ich hier so ein Glas. Yay! Und was sagt mir das? Glühwürmchen? Glühwürmchen? Ich probiere es einfach mal. Glühwürmchen im Glas. Das ist so eine einfache Logik. Vielleicht funktioniert es ja sogar. Jawoll! Jetzt komme ich da natürlich nicht ran, ey. Es ist unfassbar. Wieso ist sie wieder rausgekommen? Warum? Ja, ich würde dir ja gerne was zu trinken geben, aber... Ich komme irgendwie nicht zu dir. Ja. Was soll ich so machen? Hallo? Ja, ich habe da was zu trinken hier, Kumpel. Wieso kannst du hier nicht langlaufen? Du kannst überall langlaufen. Nur da nicht, oder was? Ach. Das macht doch alles keinen Sinn. Ja, hier, komm. Trink einen Schluck. Und dann lass dich fangen. Warum lässt du dich nicht mehr fangen? Ich hatte dich doch gerade eben auch im Glas. Ach, Mann, ey. Ich hatte dich doch gerade im Glas drin. Oh Gott, war das ein gemeiner Gedanke. Ne. Was habe ich jetzt getan? Mann. Ich habe eine Batterie da reingetan. Ach, Batterie. Zwecks Glüh... Oh Gott. Wie bekloppt es ist. Kann ich dich jetzt fangen? Yay. Boah, warum? Ach, jetzt ist der Typ da unten wach geworden. Für mehr ist das eigentlich nicht, oder was? Hätte ich das mal eher gewusst. Du willst eine Zigarre. Habe ich. Hier. Ganz warm. Zieh rein, Alter. Kriege ich jetzt was von dir? Was geht denn hier? Ach, Anti-Kippe-Mechanismus. Muss ich einfach das Holzbein hier... Kann ich dir denn nicht das Holzbein geben? Hm? Wieso möchtest du nicht das Holzbein haben? Ach! Okay. So, kommt die Münze jetzt her. Nämlich... Jetzt kann ich was aus dem Automaten holen. Aber jetzt ist doch der da oben nicht mehr beschäftigt. Was hat er hier oben getan? Jetzt bist du abgelenkt, wa? Wieso kommt er da immer raus? Papier ich nicht. Naja, du machst das schon hier, wa? Ich geh mir jetzt erstmal hier vorne was am Automaten holen. Ventilator. Ventilator aus dem Automaten. Ventilator aus dem Automaten. Oh, was ist das? Warum auch immer. Kann ich damit den kaputten Ventilator ersetzen? Klingt ja eigentlich logisch. Würde ich meinen. Wo ist denn der eigentlich? Ich hab's schon wieder vergessen. War's der hier? Nee. Ach nee. Jetzt muss ich ja wieder durch diesen Irrgarten her. Oh, meine Fresse. Hey, ich bin richtig. So, guck mal, hey hier. Cool. So, dann machen wir das Ding mal an. Ja, ja, ja. Mach mal ruhig hier. Ich bin ja schon dabei. Äh, der Knopf war hier drüben. Hallo, ich will da rein. Häng noch nicht fest. So. Knopf. Oh, hier ein Ganja-Glühwürmchen. Was ist das eigentlich gewöhnt sein mit dem Qualm? Pff. Okay. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt damit bezweckt habe. Auf jeden Fall scheinen die Amisen nicht so glücklich darüber zu sein. Und er auch nicht. Ja, die Amisen kommen. Kann ich das haben? Gib mir das doch einfach. Kann ich dir das Holzbein geben? Also, möchtest du das Holzbein nicht? Dann kannst du deine Krüge wegschmeißen. Mann, Mann, Mann. Ja, du magst sie. Kann ich vielleicht den Typen da rein ins Glas machen? Hallo, ich möchte dich ins Glas sperren. Kann ich das damit zubinden? Jawoll. Herr damit. So, was ist denn das eigentlich hier? Das ist doch die olle Sänger-Tänzerin-Dings. Was? So, jetzt hat der das hier oben geschmissen. Ich mag ja den Grafikstil irgendwie von dem Spiel. Haben sie dir was weggenommen oder was? Ach ne, nochmal muss ich mir das nie angucken. Ist das ein Video oder was ist das? Ich hab keine Ahnung. Du bist irgendwie ängstig, weil Ameisen und so. Kriegen wir hin. Ich hab doch hier die Musik. Die kümmer doch. Kümmer die nicht. Schokolade? Ja, dann sing du halt. Dann bist du gleich bei deiner Geliebten. Kannst jetzt Ständchen singen auf einer Badewanne. So, jetzt habt ihr wieder Musik, ne? Jetzt willst du wieder Schokolade haben. Ach, Mann. So, wie kriege ich denn den abgelenkt eigentlich? Wo bin ich denn auch irgendwie abgelenkt? Warum soll ich das Holzbein da rauflegen? Ich hab keine Ahnung. Okay, okay. Mann. Knob. 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 Will er nicht. Also der Hund fährt auf das Holzbein ab. Alles klar. Damit kann ich doch jetzt theoretisch den Typen ablenken, oder nicht? Links. Rechts. Mitte. Links. Ja. Woll. Ist der doch abgelenkt, oder nicht? Links. Links. Danke. So. Kann ich jetzt hier das Holzbein wieder? Nö. Aber jetzt hab ich dem Typen seine Jacke wieder. Und kann sie ihm wiedergeben. So, jetzt bist du nimmer nackig. Na ja. Ja. Ja, ja. Na ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja, okay. Was hat er mir gegeben? Da fehlt Batterie. Ey, komm. Ah, ich hab die Brille gekriegt. Jawoll. So, da kann ich ja jetzt eigentlich hier drüben rein. Wenn ich mich jetzt nicht schon wieder verlaufen hätte. Hey, was willst du? Ich bin doch eine Ameise. Lass mich rein. Was ist denn dein Problem? Ich bin dunkel, ich hab einen Ameisenarsch und ich hab eine Brille. Ich seh doch aus wie eine Ameise. Ach, Mann. Wäre zu einfach gewesen. Mal hier checken. Haut doch hin. Kapier ich jetzt nicht. Muss ich mit dem Kollegen nochmal zocken hier, oder was? Von dem krieg ich den... Ist das ein Duschkopf? Ich hab keine Ahnung. Also muss ich die Lampe da oben irgendwie reparieren. Naja. Das finden wir in der nächsten Folge raus. Danke fürs Reinschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.